Die Schädelknochen befanden sich also auf der Oberseite des Schädels und wir können deutlich das Stirnbein und die beiden Scheitelknochen erkennen. Das Stirnbein ist durch die Koronarnaht vom Scheitelbein getrennt. Die beiden Scheitelknochen werden durch die Sägettalnaht getrennt. Hinter Hauptbein unterhalb der Scheitelbeine befindet sich das Hinterhauptbein, das durch die Naht Lampdoideum getrennt ist. Von der Seite sehen wir das Schläfenbein. Schläfenbein das Jochbein hier um das Auge. Oberkieferknochen der Oberkieferknochen ist der obere Teil über dem Kiefer. Der Kiefer selbst ist der Unterkiefer. Dieser kleine Vorsprung ist der Fommerknochen. Wir haben hier zwei Nasenknochen. Im Inneren des Schädels wir öffnen den Schädel selbst. Und schauen Sie von innen, Sie können sehen, wie Ihr Siegbein genau hier in der Mitte herausragt. Sie haben das, was meiner Meinung nach wie ein schmetterlingsförmiger Knochen aussieht, der Keilbeinknochen genannt wird.